Herzlich Willkommen zum neuen Video von Battlefield 3, heute mal wieder mit einem Only Sniper auf der, hey die hab ich da schon mal gehört, auf der altbekannten Map, wie auch immer, Kanals, oder, keine Ahnung wie die heißt, ähm, L96, M1911, Style, Funkfeuer, Munition, und, dann, auch ganz kurz, und dann ist es auch schon vorbei, Ja, mal was anderes, Ich denke mal, jeder hat inzwischen schon gemerkt, dass es in meinem Fall ist, und, äh, weder muss inzwischen gehen, Ja, das ist, ähm, in Minecraft inzwischen schon, Fledermäuse, und Hexen, Köpfe, Alter Mann! Ja, da sind ja, da sind, ja, da sind ja, da sind ja, da sind ja, wir gehen, Los geht's! Alter, wie macht der das? Alter, wie geht's das? No, 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 no! Ich bin der Körner. Ich bin der Körner. Ich habe den Typen. Ah, ich habe den Typen. Ich habe den Typen. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Wo ist denn das Gesicht? Und was? Ich will doch davon gar nichts, Mann. Was will ich denn mit dem Monografisch? Ja, gut. Oh, was will ich denn damit? Ich hab doch die... Ja, das ist tot. Check's net. Das Haus. Geht ja mal gar nicht. Oh, der Kohlstein! Oh, der Kohlstein. Oh, der Kohlstein. Der Kohlstein. Oh, der Kohlstein. Was ist denn? Was ist denn? Okay, mach es! Oh, ist wieder der mit Schalldämpfer, Alter, wo ist der Klick? Ich weiß das. Ich hau mir jetzt auch Schalldämpfer rein. Ich find das total gay. Das war der nicht mal. Habt ihr im Hintergrund gesehen? Der ganz klein. Der da. Nein! Glück hat der Lapp. Da muss lauhen wir wieder in die Gegend, Alter. So gut, ich glaube. d da da verdammt ganz knapp das ist ganz knapp also ein ziemlich weit da da der trifft da 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 Alter. Ach komm, Alter, ich hab nur... Ich hab abgedrückt, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Geht mir schon auf den Nerven. Was ist denn das für ein Spawn-Killing, Alter? Habt ihr es gesehen? Spawn, zackt. Alter. Ohne Scheiß. Leck mich einfach. Da wirst du voll vergewaltigt. Wo ist denn der Kerl? Was ist denn das für ein Schwiebel? Wie ist denn das? Ich bin ihm auch übergelegt, Alter. Ich bin ihm immer wieder. Hör. 7 zu 6 10 zu 13 Ja, komm, halt auf die Fresse, hab dich doch gesehen. Obst du gar nicht so zu labern, ich hab dich gesehen, hab dich. Ja, ich bin doch. Alter, das ist nicht dein Ernst. Ich hab ihn doch genau im Visier gehabt, der hätte nicht einfach noch abdrücken müssen, sobald er zum stehen geblieben. Zum stehen geblieben, wer soll jetzt? Na ja, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. . . . . . . . . . Komm her! Komm her! Ja! Alter, das war getroffen, mein Junge. Mein Jürgen. Hast du aber sowas von pervers getroffen? Ja. Ich weiß das. Alter, wenn du die ganze Zeit daneben schießt, dann wird das eh nix. Okay, Mann, lass uns deinen Kopf in die Gap! Ohohoho, Hitmarker bei Hartfuhr. Hahaha, Alter. Ich hab auch nicht geschafft. Alter, ich hab ihnen sowas von getroffen. Alter, ich hab ihnen sowas von getroffen. Ich hab da. Deine Mama, Alter. Deine Mama auch. Prozent 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 also bei Prozent Prozent ach da war so wieder sorgt nicht gesehen ich weiß dass 8 8 glück gehabt ich treffe die doch hier alle 4 da klick dazu als noch einmal den Hinweis wie auch immer Alter meine Fresse ist immer richtig äh ja auf jeden Fall wenn ihr dann was loswerden will für den Punkt Minecraft könnt ihr das durchmachen ob los oder negativ Alter das ist nicht dein Ernst jetzt müssen die Leute noch länger das zugucken was ich hier mache ich sehe hier PUSH sorry man lol so auch der wird mit dem No-Score erledigt ja da geile Tricks noch hinterher das ja das ja 4 5 5 5 5 so ja jetzt haben wir 20 zu 19 ich verabschiede mich von euch bis dahin zuerst